Moin Leute, 2.6 hier. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es in diesem Video um die schnellste Level-Methode in War Within. So haben nämlich die Ersten, die innerhalb von zwei Stunden World First 80 erreicht haben, nach dem Release, ihre Chars gelevelt, wurde mittlerweile genervt, ist aber immer noch ein guter Level-Progress, plus ihr erhaltet noch den Bonus, dass ihr nebenbei ein bisschen Gold verdient. So und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch mal anhand dieses VODs. Wir haben das nämlich gestern im Twitch-Stream auf meinem Kanal getestet. Und es ist eigentlich egal, wo hier in welche Zone ihr geht, weil überall auf dem neuen Kontinent in The War Within sind so kleine Wachsklumpen auf dem Boden verteilt. Die haben so eine lila Umrandung und die könnt ihr einfach looten. Der Händler, zu dem wir aber wollen am Ende, liegt hier in den schallenden Tiefen. Und zwar hier oben beim Rufhändler. Dort findet ihr den Händler, wo ihr die Wachsklumpen abgeben könnt. Da fliegt ihr hier ins Gebäude rein. Das ist dieser Händler. Dort macht ihr einmal eine Daily-Quest, gebt die ab. Dann kriegt ihr nochmal fünf Wachsklumpen als Belohnung. Es funktioniert wie folgt. Ihr sammelt diese Wachsklumpen. Wir haben das gemacht. Ich war ungefähr 45 Minuten, war ich dabei, habe diese Wachsklumpen eingesammelt, habe währenddessen Level 71 erreicht. Also es ist ein frischer Alt auf Level 70 gewesen. 45 Minuten für ein Level. Wir haben glaube ich 130, 140 Wachsklumpen gefarmt in der Zeit. Nagelt mich nicht darauf fest, das geht bestimmt noch viel, viel schneller. Also ihr gebt immer fünf Klumpen bei diesem Händler ab und kriegt dafür XP. Plus wenn diese Leiste hier voll ist, bekommt ihr einen Splitter, den ihr bei dem Händler gegen Handwerksmaterialien eintauschen könnt. So und jetzt guckt euch mal an, wenn ich hier anfange das abzugeben, man sieht die lila Zahlen schon hochpoppen und unten der XP Balken, der wird immer größer. Ich bin zwar jetzt rested, das heißt ich habe einen Erholungsbonus, aber der wird hier von diesen Quests oder von dem Abgeben nicht verbraucht. So ich habe jetzt 140 abgegeben und bin auf Level 72 knapp an Halb gesprungen. Das heißt 45 Minuten Farm, dreieinhalb Level Bonus plus Handwerksmaterialien. So den ersten Splitter, den ihr abgebt, da erhaltet ihr nochmal eine Kiste mit Wachsbündeln. Und wenn ihr das einmal gemacht habt und die Quest abgegeben habt und dann nochmal mit dem Händler sprecht, dann zeigt er euch hier an, was es für Handwerks- beziehungsweise Kisten gibt. In diesen Kisten sind dann immer Handwerksmaterialien für einen bestimmten Beruf. Das hat am Anfang der Expansion, ging das deutlich besser, weil wenn ihr dann die Wachsklumpen bei dem Händler abgebt, war es so nach dem Release, das wurde mittlerweile genervt, dass wenn einer von den Leuten in der Gruppe die Klumpen abgegeben oder seine Klumpen abgegeben hat, haben die anderen aber auch den Fortschrittsbonus bekommen plus die damit vorhandene XP. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wären zu fünften unterwegs gewesen, jeder hätte diese 130, 140 Wachsklumpen aufgesammelt, dann hätten wir jetzt fünfmal so viel XP gekriegt. Und so haben die sich halt innerhalb von kürzester Zeit auf Max-Level geboostet. Ist jetzt genervt, funktioniert jetzt nur noch alleine. Das heißt, das, was ihr abgebt, bekommt auch nur ihr. Und kein anderer aus eurer Gruppe oder so, das haben wir schon ausprobiert. Aber dennoch, einmal zusammengefasst, 45 Minuten Wachsklumpen-Farm, zweieinhalb Level gemacht in der Zeit, plus diverse Handwerksmaterialien, die ihr dann für ein bisschen Gold im Auktionshaus verkaufen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, kommentiert und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!